Also geräucherte Sachen sind so widerlich, Digga. Ey, Bruder, da kann ich auch irgendwie, weiß ich nicht, da kann ich auch irgendwie die Kohlebrocken vom Grill essen, Alter. Das ist halt so ekelhaft. Ähm... Na, ich kann's schon verstehen, warum wir uns ekel können. Ja, oder Lachsschinken ist auch so widerlich, Alter. Bäh. Also es ist zwar kein Fisch, aber es ist trotzdem widerlich. Das ist... Kommen wir lieber zu was Appetitlichen und zwar unserem Gameplay. Hahaha. Good one. Mann, guck mal, das ist so fucking einfach. Wie hab ich das denn verkauft, bitte? Also, es klingt ein bisschen cringe, aber so, ich denk mir dann so, ja, da warten halt Leute, die so jeden Tag... Ja, man isst den Leuten das ja schuldig, so ein bisschen. Shoutout Crackspie, die dann so jeden Tag acht Stunden gucken und... Nee, aber die so jeden Tag dann, also wirklich da drauf warten so und das halt irgendwie so jeden Tag konsumieren. den Tag swhich, was von demcam Bolt gest Astisi zil. Ich hab ich euch unbedingt sehen. Um. Ich hab ich gesagt, Leute, die Golfe. Wie beherbe ich. Die Box verkauf mir dauert, sondern der pastors ist nicht so,? invert das in carro? Ja, genau, kein Urte. Ich denke, werktабniets ist auf. Untertitelung des ZDF, 2020